Ich liebe dich. Was? Wir sind in Urlaub auf der Insel Chiyu. Wenn Sie uns erreichen wollen, rufen Sie bitte in drei Tagen wieder an. Auf Wiederhören. Fehlt dir was? Warum bist du so unzufrieden? Du machst mich wahnsinnig. Heb sofort ab, verdammt! Was macht ihr in unserer Wohnung? Und auch noch betrunken? Warum tragt ihr unsere Schlafanzüge? Willst du auf ihn warten? Bis man ihn aus dem Gefängnis entlässt? Dann warten wir hier zusammen auf ihn. Ich warne dich, du scheiß Kerl. Es ist seltsam. Seit gestern Abend fühle ich mich so, als wäre jemand im Haus. Benchim. Komm un mater gegründer, bis man tempo enfin war. Man hat es nicht tej, du scheiß Pickel und solche, es lief aber andere Gonna somatirs. Und auch wenn du für ihn probierst. Dann darf man in Midt complain.